Wir kommen zu einer Standardschaltung von Widerständen, und zwar der sogenannten Reihenschaltung. Eine Reihenschaltung funktioniert so, wie man es hier sieht. Da werden die Widerstände quasi hintereinander geschaltet. Ich denke, das kann man sich ganz gut vorstellen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann man hier Spannungen und Ströme und dergleichen ausrechnen. Und was wir hier machen, ist letztlich einfach nur eine Anwendung aus unseren heiligen Dreifaltigkeitsregeln, nämlich 1, das war die Knotenregel, 2, das war die Maschenregel, und 3, das war das Ohmsche Gesetz. Ich habe hier schon mal Werte vorgegeben, und zwar habe ich einen Strom vorgegeben. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir sehen aber gleich, warum das vielleicht sinnvoll ist. Also wir tun jetzt mal so, als hätten wir eine Schaltung, in die fließen 2 Ampere rein, und die kommen von irgendeiner Spannungsquelle. Das nehmen wir mal als gegeben an. Des Weiteren nehmen wir als gegeben an, die Widerstandswerte. Also wir haben hier jetzt drei Widerstände. Der erste ist ein Ohmgroß, der ist gegeben. Der zweite ist auch ein Ohmgroß, ist auch gegeben. Und der dritte ist drei Ohmgroß, ist auch gegeben. Das heißt, diese hier sind gegeben und bekannt. Das erste, was wir jetzt machen müssen, um so eine Schaltung zu analysieren, ist zu überlegen, wo wollen wir überhaupt hin? Was wollen wir überhaupt wissen? Wir könnten uns zum Beispiel fragen, wie groß sind denn die Spannungen an den Widerständen? Also gesucht, Spannungen an den Widerständen. Und die Spannungen an den Widerständen nenne ich, wie ich es im Video vorher schon mal erläutert habe, entsprechend der Widerstände. Also das heißt, die Spannung an den Widerstand R1 möchte ich gerne UR1 nennen. Entsprechend dann die Spannung an den Widerstand 2 ist UR2 und die Spannung an den Widerstand 3 ist UR3. Und die sind gesucht. Des Weiteren könnte man jetzt Folgendes suchen. Wir könnten noch die Ströme durch die Widerstände suchen. Die Ströme durch die Widerstände würde ich jetzt entsprechend IR1, IR2 und IR3 nennen. Und zu guter Letzt könnte noch gesucht sein die Spannung der Spannungsquelle U0. Und ich werde das jetzt in Zukunft so machen, dass ich dann hier einfach so etwas hinschreibe wie gleich Fragezeichen. Und das ist für mich jetzt die Kurzversion von ist gesucht. So, wie können wir da dran gehen? Zunächst mal müssen wir mal Spannungspfeile festlegen und Strompfeile festlegen. Das hatten wir ja ganz am Anfang mal gesagt. Wir müssen sagen, wie wir denn Spannungen und Ströme an Widerständen überhaupt festlegen oder an Bauteilen überhaupt festlegen wollen. Und das ist an sich jetzt gerade beliebig. Solange wir noch nichts gesagt haben, können wir uns das jetzt aussuchen. Ich gehe jetzt mal so vor, wie man üblicherweise vorgeht. Man kann das hier allerdings auch alles gedreht rechnen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich mache es trotzdem mal so, wie man es üblicherweise tut. Man würde jetzt üblicherweise hingehen und die Spannungen in dieser Richtung hier festlegen. Und entsprechend wäre das dann hier UR1, das hier wäre UR2 und das hier wäre UR3. Das gleiche gilt jetzt noch für Ströme. Wir müssen jetzt die Ströme festlegen. Und wenn ihr euch zurückerinnert, gab es nur eine Vorgabe für die Festlegung von Pfeilen. Man konnte sie beliebig wählen, aber an Widerständen müssen Spannungen und Ströme in die gleiche Richtung zeigen. Wir hatten das damals Verbraucherzellfallsystem genannt. Also das heißt, wenn wir die Spannungen in diese Richtung festgelegt haben, dann haben wir es auch automatisch mit den Strömen gemacht. Das heißt, das hier wäre jetzt UR1. Dann wäre das hier UR2. Und ihr merkt, es wird eng, wenn man das in ganz voller Ausführlichkeit macht. Und das hier ist UR3. So, und jetzt fangen wir an, unsere Rechenregeln anzuwenden. Und hier bietet es sich jetzt im ersten Schritt an, auch wirklich erstmal unsere Gesetzmäßigkeit Nummer 1, das war die Knotenregel, zu benutzen. Also uns erstmal um die Ströme Gedanken zu machen. Also starten wir mit den Strömen. Zunächst mal in Erinnerung an die Knotenregel, hieß es in der Knotenregel, Summe aller Ströme ist 0 in einem Knoten. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir hier für Knoten haben. Ich habe die schon mal in Rot eingezeichnet. Wir haben hier einen Knoten. An dem Knoten hängt auf der einen Seite ein Widerstand dran und auf der anderen Seite die Spannungsquelle. Diese Leitung hier zwischen, hatten wir ja gesagt, zählt nicht. Beziehungsweise ist dieser Knoten, den ich da eingezeichnet habe, der gleich wie dieser Knoten. Neben dem Knoten haben wir jetzt noch drei andere, nämlich den hier unten. Da hängen zwei Widerstände dran, nämlich der R1 und der R2. Diesen Knoten, hier hängt R2 und R3 dran und dieser Knoten, da hängt R3 und die andere Seite der Spannungsquelle dran. Das heißt, wir müssen uns jetzt um diese Knoten kümmern. Beziehungsweise diese Knoten berücksichtigen. Starten wir vielleicht erstmal mit der Frage, wie groß ist denn R1? Also, wir wollen Ia1 berechnen. Dazu bietet sich hier dieser obere Knoten an. Warum ist das so? Das ist so, weil wir hier sehen, dass ein gewisser Strom in diesen Knoten reinfließt. Das ist der I0. Den kennen wir, der ist vorgegeben mit 2 Ampere und hier fließt ein Strom ab. Das ist der Ia1. Den wollen wir ausrechnen und mehr Ströme gibt es in dem Knoten einfach gar nicht. Und wenn wir jetzt mal die Knotengleichung für diesen oberen Knoten hier aufstellen, ich nenne ihn mal Knoten A, Groß A, dann sieht das wie folgt aus. Dann steht hier I0, denn dieser Strom fließt rein, wird also positiv gezählt, plus, und jetzt kommt Ia1, der fließt aber raus und wird deshalb negativ gezählt. Also, plus, minus Ia1. Das sind die einzigen beiden Ströme, die in diesem Knoten fließen. Und diese zusammen ergeben 0. Jetzt kann man das natürlich viel kürzer schreiben, indem man hier hinschreibt I0 minus Ia1 ist gleich 0. Und das Schöne ist jetzt, I0 kennen wir. Dieser hier ist bekannt. Damit sind wir de facto fertig, denn wir können jetzt einfach auf einer Seite oder wir können jetzt einfach Ia1 addieren. Und dann steht hier I0 ist gleich Ia1. Ia1 haben wir gesucht. Und da wir ihn 0 kennen, ist Ia1 gleich 2 Ampere. Das ist doch schon mal schön. Jetzt können wir uns um den nächsten Strom kümmern, nämlich Ia2. Also, wie berechnen wir jetzt Ia2? Dafür bietet es sich jetzt an, natürlich wieder sich einen Knoten auszuwählen, der irgendwas mit Ia2 zu tun hat. Da haben wir zwei zur Auswahl. Entweder wir nehmen diesen Knoten oder wir nehmen diesen Knoten. Denn bei beiden fließt Ia2 einmal raus, einmal rein. Es bietet sich jetzt allerdings der obere an, einfach deshalb, weil in diesem Knoten hier Ia1 fließt und Ia2 fließt. Ia1 haben wir aber schon ausgerechnet, kennen wir also. Und Ia2 suchen wir. Also nehmen wir jetzt diesen Knoten hier, ich nenne ihn mal Knoten B und stellen hierfür wieder die Knotengleichung auf. Und die sieht jetzt wie folgt aus. Hier fließt Ia1 rein. Der kommt nämlich von oben. Deshalb plus Ia1 und Ia2 fließt raus. Und jetzt mache ich mal eine Nummer kürzer. Minus Ia2. Und na jetzt nicht vergessen, Ia1 kennen wir. Wenn wir jetzt also Ia2 ausrechnen wollen, nehmen wir diese Gleichung, bei der Null rauskommt, wegen der Knotenregel. Und formen die wieder nach Ia2 um. Also am besten hier plus Ia2, so geht es am schnellsten. Und dann steht hier in der nächsten Zeile Ia1 ist gleich Ia2. Oh, da mache ich den auch mal lila. Und da wir Ia1 schon kennen, der ist nämlich 2 Ampere groß, ist auch der Ia2 2 Ampere groß. Jetzt kommt der dritte Strom, der interessant ist, nämlich der Strom durch den Widerstand R3. Und jetzt können wir hier eigentlich sehr ähnlich vorgehen. Also das funktioniert jetzt völlig analog. Wir suchen uns wieder einen Knoten, der was mit Ia3 zu tun hat. Und wählen vielleicht optimalerweise den Knoten, wo wir den Rest schon kennen. Denn, und jetzt hätten wir da zur Auswahl diesen hier, da fließt Ia3 und diesen hier, da fließt auch irgendwie Ia3. Der obere ergibt wieder Sinn, weil wir Ia2 schon berechnet haben und kennen. Dementsprechend nehmen wir doch den, nennen wir ihn Knoten C. Also Knoten C fließt Ia2 rein, deswegen plus Ia2. Und es fließt Ia3 raus, also minus Ia3. Das Ganze soll nach Knotenregel Null sein. Und wieder zur Erinnerung, wir kennen Ia2 schon. Bauen also jetzt nach, oder formen nach Ia3 um. Das können wir tun, indem wir Ia3 addieren. Genauso wie im Beispiel vorher. Quatsch, nicht Ia2, Ia3. So. Und kriegen damit raus, Ia2 ist gleich Ia3. Also beide sind gleich groß. Da wir ja Ia2 schon kennen, ist dann auch der Ia3 2 Ampere groß. Damit haben wir alle Ströme berechnet und zusammenfassend stellen wir also fest, Ia1 ist 2 Ampere groß, Ia2 ist 2 Ampere groß, Ia3 ist 2 Ampere groß und Ia0 war vorgegeben mit 2 Ampere. Ja, das hier, und das mache ich jetzt an der Stelle mal implizit mit, kann man auch kürzer schreiben. Und ich will euch in dem Kurs jetzt auch so ein bisschen beibringen, so mathematische Schreibweisen ein bisschen zu trainieren. Das Ganze kann man jetzt als sogenannte Kettengleichung schreiben. Und würde man üblicherweise wie folgt notieren. Man würde sagen, Ia1 ist gleich groß wie Ia2, ist gleich groß wie Ia3 und das ist gleich groß wie Ia0. Und da die alle gleich groß sind, schreibt man dann oft auch noch den Wert dahinter, nämlich 2 Ampere. Das hier ist quasi die Kurzschreibweise für das da. So, das Ganze ist kein Zufall, sondern lässt sich als Gesetzmäßigkeit verallgemeinern, denn das gilt grundsätzlich bei jeder Art von Reihenschaltung. Völlig egal, ob da zwei Widerstände in Reihe geschaltet sind oder drei, wie hier in dem Beispiel. Man könnte sich jetzt auch überlegen. Wir packen hier noch einen vierten hin, einen fünften hin, einen sechsten hin. Und das, was wir jetzt ausgerechnet haben, ist wie gesagt kein Zufall, sondern das gilt immer. Nämlich, dass alle Ströme in einer Reihenschaltung gleich sind. Und damit haben wir schon eine der wichtigsten Gesetzmäßigkeiten einer Reihenschaltung. Als nächstes wollen wir jetzt hingehen und die Spannungen UR1, UR2 und UR3 ausrechnen. Das Ganze können wir jetzt relativ einfach tun, und zwar mit dem Ohmschen Gesetz. Das war ja unsere dritte Hauptregel. Und das können wir deshalb sehr einfach tun, weil wir ja im Schritt vorher bereits die Ströme durch die Widerstände ausgerechnet haben, nämlich IR1, IR2 und IR3, und weil wir die Widerstandswerte in der Schaltung gegeben haben. Das heißt, wir können jetzt das Ohmschulgesetz direkt anwenden. Und nochmal zur Erinnerung, das Ohmschulgesetz lautete, der Widerstand ist die Spannung am Widerstand durch den Strom durch den Widerstand. Und jetzt ist es so, dass wir die Spannungen hier suchen. Also bietet es sich an, wieder eine Variante der Gleichung zu benutzen, bei der die Spannung alleine steht. Und das wäre in diesem Falle hier, die Spannung an einem Widerstand ergibt sich aus dem Widerstandswert mal dem Strom durch den Widerstand. Und jetzt sehen wir auch schon, warum hier so allgemeine Formeln immer ein bisschen kritisch sind, weil hier jetzt nicht ganz klar ist, um welche Spannungen und welche Ströme es geht. Wir starten mal mit der Spannung UR1. Die Spannung UR1 ergibt sich jetzt also, indem ich den Widerstandswert des Widerstandes R1 nehme, also R1 gegeben. Und das multipliziere mit dem Strom durch den Widerstand R1. Und das Schöne ist jetzt eben, R1 kennen wir, ist gegeben mit einem Ohm. Und IR1 kennen wir auch, haben wir eben ausgerechnet zu 2 Ampere. Ja, also stehen hier jetzt, und das darf man dann wieder als Kettengleichung schreiben, 1 Ohm mal 2 Ampere. Und 1 Ohm mal 2 Ampere sind, ja, 1 mal 2 sind 2. Und jetzt die Frage, kleine Nebenrechnung gleich, Ohm mal Ampere. Ohm mal Ampere sind Volt. Warum sind Ohm mal Ampere Volt? Wenn man sich das nochmal überlegt, was war Ohm? Siehe vorheriges Video, dann war Ohm als Einheit nichts anderes als Volt geteilt durch Ampere. Und was ich hier oben jetzt stehen habe, ist quasi Ohm mal Ampere, also Ohm mal Ampere. Ist also nichts anderes als Volt durch Ampere und das Ganze wieder mal Ampere. Damit kürzen sich die Ampere gewissermaßen raus und es bleiben Volt übrig. Also ich kann quasi Ampere gegen Ampere kürzen. Und deswegen kommt da 2 Volt raus. Ist relativ einfach und jetzt können wir entsprechend fortsetzen. OR2 ist dann nichts anderes als R2 mal IR2. Und IR2 hatten wir schon berechnet. Oder auch in der Gesetzmäßigkeit vorher gesagt, dass die E alle gleich groß sind. Also steht in diesem Falle hier ebenfalls 1 Ohm mal 2 Ampere. Und damit kommen auch hier 2 Volt raus. Und zu guter Letzt Spannung über UR3. UR3 ist nichts anderes als R3 mal IR3. Und damit sind es 3 Ohm mal 2 Ampere. 3 mal 2 sind 6. O mal Ampere sind immer noch Volt, also kommen hier 6 Volt raus. So weit, so gut. Jetzt haben wir alle Einzelspannungen. Das heißt alle Spannungen an den jeweiligen Widerständen. Jetzt fehlt zu guter Letzt noch die Spannung der Spannungsquelle. Die hatten wir U0 genannt. Und die können wir jetzt ausrechnen mit der Maschenregel. Und da sieht man jetzt auch wunderschön, dass alle drei Gesetzmäßigkeiten quasi immer gebraucht werden. Bei jeder Art von Schaltung und wie die alle auch ineinander greifen. Die Maschenregel brauchen wir jetzt deshalb, weil wir keine Aussage über diese Spannung haben, außer dass wir hier eine Masche reinlegen können. Wir können uns jetzt wieder in diese Schaltung reinsetzen. Irgendwo an irgendeinen Punkt, auf irgendeinen Knoten. Und ich nehme mal den hier unten mit einer unbelasteten Farbe. Dunkelblau hatten wir noch nicht. Ich setze mich mal an diesem Punkt hier und laufe jetzt mal im Uhrzeigersinn durch die Schaltung. Wir hatten in einem Maschenregelvideo gesehen, dass es egal ist, wo wir starten und dass es egal ist, warum wir laufen. Wir können aber, ja wir können es beliebig wählen. Und ich mache es jetzt mal so. Also ich starte an diesem Punkt hier unten und laufe entgegen dem Uhrzeigersinn. Wenn ich jetzt entgegen dem Uhrzeigersinn laufe, dann laufe ich erst mal entgegen der Spannung U0. Das ist die, die mich interessiert. Da ich entgegen der Fallrichtung laufe, muss ich U0 subtrahieren. Also steht hier minus U0. Dann wäre ich jetzt quasi hier an diesem Punkt. Würde jetzt weiterlaufen. Laufe dann über die Spannung UR1. Da laufe ich in Pfeilrichtung. Das heißt, ich addiere UR1. Dann bin ich an diesem Punkt, an Knoten B. Laufe dann weiter über den zweiten Widerstand. Und damit nehme ich UR2 mit. Auch in Pfeilrichtung. Muss also UR2 addieren. Und zu guter Letzt, dann laufe ich von C zu meinem Ursprungsknoten zurück. Laufe damit über UR3. Und muss deshalb in Pfeilrichtung auch UR3 addieren. Also UR3. Und die Maschenregel sagt ihr jetzt, das was hier rauskommt ist 0. Jetzt kann man sich nochmal kurz zurückerinnern, dass wir diese Dinger ja alle ausgerechnet haben. Die haben wir auf der Seite vorher alle berechnet. Die sind also bekannt. Und die einzige unbekannte ist die. Und genau die suchen wir ja auch. Ist ja alles gut. Und jetzt zeigt sich vielleicht auch, warum ich hier gestartet bin und in diese Richtung gelaufen bin. Denn so kann ich auf diese Art und Weise diese Gleichung jetzt möglichst schnell nach U0 umformen, indem ich hier einfach hingehe und U0 addiere. Das passiert systematisch immer, wenn ich quasi vor der gesuchten Spannung loslaufe und dieser Spannung entgegenlaufe. Denn dann starte ich quasi immer in der Gleichung vorne mit der unbekannten, mit negativen Vorzeichen und kann immer diese unbekannte addieren. Und was ich dann rauskriege ist folgendes. U0 auf der rechten Seite ist nichts anderes als, ja, alle drei Einzelspannungen an den Widerständen addiert. Da ich diese Spannungen ja vorher schon ausgerechnet habe, kann ich sie jetzt hier auch einsetzen. Ich hatte für UR1 2 Volt ausgerechnet. Ich hatte für UR2 2 Volt ausgerechnet. Und ich hatte für UR3 6 Volt ausgerechnet. Und wenn ich jetzt halbwegs vernünftig Kopf rechnen kann, dann sind 2 Volt plus 2 Volt 4 Volt, 4 Volt plus 6 Volt sind 10 Volt, also ist U0 10 Volt. Kann ich also auch hier letztlich reinschreiben. 10 Volt. Und damit habe ich alle Größen, die ich berechnen wollte. Also zusammenfassend nochmal die Ergebnisse. Im ersten Schritt hatten wir mithilfe der Knotenregel die einzelnen Ströme bestimmt, nämlich IA1, IA2 und IA3. Wir haben festgestellt, sie sind alle so groß wie IA0 und haben dann festgestellt, dass sie alle gleich groß sind und dass das in Reihenschaltungen immer so geht. Und das lieferte uns eben die Knotenregel. Des Weiteren haben wir die einzelnen Spannungen an den Widerständen ausgerechnet. Das haben wir jeweils mit den Ohmschen Gesetzen gemacht. Oder mit dem Ohmschen Gesetz für die jeweiligen Widerstände, weil die Ströme bekannt waren und die Widerstandswerte bekannt waren. Und in dem letzten Schritt haben wir uns dann gefragt, wie groß ist denn dann die Spannung der Spannungsquelle U0. Das konnten wir auch ausrechnen, indem wir die Maschenregel angewendet haben. Also wir sehen alle drei Regeln verwendet und ja, letztlich zum Ergebnis gekommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.